Heute Vormittag begannen offiziell die Salzburger Festspiele. Die Präsidentin der Slowakischen Republik, Susana Czaputowa, wurde mit militärischen Ehren auf dem Residenzplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Wilfried Haslauer empfangen. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir wirklich große Festspiele wieder machen können in Vollbesetzung mit einem sehr anspruchsvollen künstlerischen Programm. Die Nachfrage ist auch sehr, sehr hoch. Natürlich ist es ein bisschen der Tanz auf der Rasierklinge. Das Sicherheitskonzept ist enorm ausgeklügelt. Also ich bin guter Dinge. Den Weg zum Festakt in der Felsenreitschule legten die Ehrengäste sichtlich gut gelaunt zu Fuß durch die Salzburger Altstadt zurück. Sie wurden begleitet von zahlreichen Zaumgästen und Festspielbesuchern aus dem In- und Ausland. Grüß Gott, Frau Präsidentin! Grüß Gott! Herzlich willkommen! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Vielen Dank.